Hier präsentieren wir die 5 beste MP3-Player-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Der Menü MP3-Player von Samsung überzeugt vor allem durch das Minimalistische. Die sichen mit einer Größe von gerade mal 3,3 x 4,3 cm und einem Gewicht von nur 14 Gramm. Das Gerät verfügt über einen 4 GB großen internen Speicher und spielt MP3, MA, FLAC und OCC Dateien ab, ist daher vielseitig einsetzbar. Durch den Clip ist er auch als MP3-Player für den Sport gut nutzbar und überzeugt zudem durch eine sehr lange Akkulaufzeit. Wer Minimalismus sucht und auf Funktionen verzichten kann, der wird mit dem SP-Player von Samsung sicherlich Freude haben. Nummer 4. Der Sport MP3-Player von SanDisk konnte durch die sehr robuste und dennoch leichte Bauweise überzeugen. So eignet er sich hervorragend zur Nutzung während dem Sport. Er verfügt über 4 GB internen Speicher und ist per SD-Karte erweiterbar. Die Navigation ist denkbar einfach und durch die Darstellung auf dem Display wird diese zusätzlich erleichtert und funktionierte im Test sehr intuitiv. Der Akku konnte im Test mit einer Laufzeit von ca. 20 Stunden je nach Nutzung ebenfalls überzeugen und per USB schnell wieder aufgeladen werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3. Das in verschiedenen Farben erhältliche Multitalent von Tapmart konnte. Insbesondere durch viele zusätzliche Features überzeugen wie MP4-Wiedergabe. Einen integrierten Lautsprecher, so dass das Gerät auch ohne Kopfhörer wenn auch leise und mit bescheidener Qualität genutzt werden kann und eine breiten Palette von unterstützten Dateiformaten. Trotz der Videofunktion konnte das Gerät im Test je nach Beanspruchung bis zu 10 Stunden im Dauer-Einsatz betrieben werden und ließ sich innerhalb von ca. 2 Stunden wieder vollständig aufladen. Nummer 2. Der beliebte MP3-Player von Actic konnte vor allem durch eine lange Akkulaufzeit sowie 8 GB bzw. 16 GB internen Speicher zu einem sehr guten Preisgefüge überzeugen. Der Speicher ist zudem per Mikrostkarte zusätzlich um maximal 64 GB erweiterbar. Dadurch können auf dem Gerät bis zu 80 GB Daten gespeichert werden, was nahezu unbegrenzten Musikgenuss ermöglicht. Im Test zeigte sich jedoch, dass das Gerät bei der Akzeptanz der Mikrostkarten sehr wählerisch ist, so konnten die sich bereits im Besitz befindlichen Karten einiger Tester mit dem Gerät nicht verwenden lassen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Der günstige MP3-Player von Vitronic konnte sich als Testsieger und damit als bester MP3-Player durchsetzen. Das sehr kompakte nur 4 4 cm große Gerät ist in unterschiedlichen Farben erhältlich und passt in jede Tasche. Die Bedienung ist dabei denkbar einfach, denn über viele Einstellungsmöglichkeiten verfügt das Gerät nicht. Muss es aber auch nicht, denn es besticht gerade durch die robuste Bauweise und Einfachheit. Am Gerät selbst befindet sich zudem ein Gürtelklip, sodass es einfach an der Kleidung befestigt werden kann. Auch beim Sport stört das Gerät durch sein geringes Gewicht von nur 41 Gramm überhaupt nicht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.